Hallo, ich bin die Magdalena. Ich mache bei 72 Stunden ohne Kompromiss mit. Ich bin eingeteilt worden für das Projekt Ein Turm ganz neu und da wird in der Herz-Jesu-Kirche in Amstetten der Turm auf einen Gebetsraum umgebaut. Wir sind mit den Arbeiten schon relativ weit und das müsste sich eigentlich in den 72 Stunden ausgehen. Mir trägt das einfach viel, wenn ich sehe, dass andere Leute was davon haben, wenn ich was dazu beitrage und ich finde es einfach schön, dass man unter andere Leute kommt und so viele neue Leute kennenlernt. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.